Das ist mir so peinlich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie meine Freunde riechen. Also, es gibt zwölf Staffeln mit insgesamt 264 Episoden von Mord ist Ihr Hobby. Jeden Tag laufen drei Folgen hintereinander und wenn ich diese hier jetzt fünfmal gesehen habe, dann müsste heute Donnerstag sein oder September. Hatte ich schon Geburtstag? Im Grunde bin ich ein bisschen neidisch auf die AfD. Man fühlt sich vielleicht weniger allein, wenn man weiß, dass wenigstens der Verfassungsschutz einen beobachtet. Wir werden von Politikerinnen und Politikern regiert, die tatsächlich Andreas Scheuer die Verantwortung für Menschenleben in die Hände legen. Andreas Scheuer. Be afraid. Be very 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 afraid.